so weiter geht es wo bin ich denn ja auch ja ich glaube ich weiß wo aber wisst ihr was komisches warum ich denn hier so viel leben verstehe ich nicht da regenerierte sich etwa das wäre scheiße das wäre scheiße wenn der sich regeneriert oder leute das wäre doch kann ich kriege ich hab ihn oh mein gott super genau das habe ich gesucht so landen hier und zwar ein bisschen auf genau dann geht es auch gleich weiter das wollte hier noch ein bisschen rum gucken bisschen einsammeln sofern es geht dann wollte ich weitergehen oh man da steht exit da steht ausgang ist vielleicht auch nicht schlecht aber erstmal müssen wir uns hier hinlauern ein bisschen die taschenlampe aufladen kommen spaß spaß muss sein wenn wir die hören können wir ja die dings an machen raus ich will raus ja jetzt wird zumindest interessanter weil ich hasse dieses enge drinnen und da klappt das dann nicht so kriegen wir da ist ja umgefallen das ist ja auch wo ist hier ein heli schauen wir mal achte ohne sei gleich jetzt zur mannschaft den hauen wir einfach runter scheiße ja das war mehr als fail ok dann probieren wir das ganze noch einmal und zwar indem wir uns anschleichen würde ich mal sagen wir haben das wir haben das wir haben das gut 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 anschleichen wir perfekt den haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir sind die scherzbolzen da und da runter oh ja gabelstapler fahren gabelstapler klaus scheiße habe ich Mormon ein bisschen beeilen ist wenn ich in der schussbasis stehen das schlusslinie so hervorragend jetzt wissen Portland müssen darf da hinten soldat super so hat er eben jetzt den scharfschützen gesehen ja ab ihn habe ihn lokalisiert ab ihn und wir fahren jetzt mit dem gabelstapler oder das meint ihr damit kann man auch spaß haben ja spaß am arsch guck dir mal wie langsam der ist alter da bin ich jetzt fuß schneller wollte eigentlich was die anderen übermädt ach du scheiße ach du scheiße lustig lustig so lustig ist so versuch drei ich werde gleich so wild geworden im braunen pelzkugel gucken wir mal irgendwo hier oben war es doch da nicht das maus scheiner vorteil licht aus worum gehorcht der denen das sind ja doch deren haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir super alter was für eine blügelade was für eine blut lache würde ich sagen ein neuer versuch jetzt müssen wir doch mal professioneller denken würde ich sagen was ist es was ist es Den Amba Amba Ja, Lost Contact, Gibi Deleiche Ja, Lost Contact, Gibi Deleiche Gib euch gleich, wer Losing Oh oh, ein bisschen zurück, Danke Haben wir, kriegen wir Na los Wo hat der gewusst, dass ich genau dahinter lege Der, äh, Schwein Wollte ich schon sagen, ich will mal ein paar andere Wörter gebrauchen Ständig immer nur die gleichen Erstmal einsammeln hier Wollen wir ein paar mehr Muni Das wäre schon schön So Nachladen Auf jeden Fall diese hier, weil ich die öfters Gebrauche schon Haben wir? Haben wir Haben wir Oder? Oh man, 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 man Haben wir Haben wir Yes So Am liebsten Ich kenne jetzt einen Speicherplatz Äh, ich brauchte jetzt eigentlich mal die hier, um zu gucken, wo hier noch Feinde sind Da oben ist er, der mit Raketenwerfer geschossen hat Haben wir Haben wir Jetzt können wir ungestört Gabelstapler fahren So Tuka, tuka, tuka Tuka, tuka, tuka Tuka, tuka, tuka Das ist voll süß, ey Da bist du wirklich, wie gesagt, schon zu Fuß schneller und Ja willst du da meinen doch abhin ja gleich habt ihr fair besiegt ja so kommen wir nicht so so ich muss mal kurz gucken hier kommen wir so nicht drauf das heißt müssen weiter mit der bestand noch zu fuß gehen aber warte mal kurz gucken der doch hier was verloren wollte ich irgendwie austauschen ein bisschen mit sniper manchmal jetzt haben wir genug ein bisschen hier rum geschossen jetzt kann man ruhig sniper gewähr nehmen ja 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 der schnellste ist ja nicht man sieht es aber er bringt was das muss man dazu sagen schutz holen hier eigentlich schon ganz geil gemacht die runde kann man nicht meckern eigentlich so da ist unsere eine rüstung noch und ich setze das jetzt auch noch mal aus jemand mal älter hat für schuhe die haben das sind ja eigentlich ganz normale menschen gewesen haben auch noch rüstung und muni genau jetzt gehen wir da mal hoch weil ich möchte von dort oben einmal die aussicht ziehen und einmal deren schutz holen und vielleicht raketenwerfer schlüsse wenn wir mal einen raketenwerfer nämlich mal irgendwann holen dass wir den dann auch einsetzen können und moment da wo ist denn auch da ist auch genau haben wir wenigstens noch vier schüsse und machen wir schöne weste oh gott wo war der ja da ist die leiter dachte eben schon ich dachte so eben oh gott jetzt falle ich runter und dann ist alles aus weil kein speicherpunkt ist oh nein das wäre schlecht gewesen ganz schlecht so schön nach unten bis auf den boden und dann gehen wir weiter warte mal versenkt immer kurz für das geil ein kaffelstapler ja ja warte ich versenkte immer kurz ne ist ja nicht so lustig also ein bisschen spaß muss man aber auch wenn das eigentlich ja so nebensache ist würde ich mal sagen kriegers koop oder was das einzelne soll gespeichert ist auf jeden fall das hört sich gar nicht gut an oh gott also was da passiert in diesem raum ich muss mal kurz mich hier flüchten um das euch zu erklären was da in diesem raum passiert das ist nicht geheuerlich das wird einer der schwierigsten runden im ganzen spiel finde ich jetzt zumindest das seht ihr erst in der nächsten folge bis dahin wiedersehen bis dahin wiedersehen